Warte, noch ein weiteres Euro. Bitteschön. Ehren! Also es geht auch weiter, oder? Es geht auch weiter, oder? Ey, ich hab ja keinen Empfang, das ist ja das Blöde. Das geht nicht, dann versaut man ja den ganzen Witz. Wie lange wollen Sie den Wagen? Echt, genau, wie lange wollen Sie den Wagen? Wenn Sie noch einmal schreiben, vielleicht hört er das denn. Ehren! Ey, gleich kommt der wirklich, Alter, ein Kippling aus auf die Straße, was er denn, ey, komm mal her. Wo bleibt der denn? Also bis jetzt haben wir ihn noch nicht. Ich dachte, beim ersten Mal finden wir ihn schon. Ah, komm mal, komm mal. Einmal bitte noch schreien, einmal bitte. Das ist er. Ehren! Ehren! Dankeschön. 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 Dankeschön.